Willkommen zurück zu Mario Golf Whopper Rush Beim letzten Mal hatten wir wieder eine Qualifikationsrunde Die auch bestanden in diesem blöden Crossroute Golf Was mir nicht so besonders gefallen hat Aber Schwamm drüber Heute gehts weiter mit Besuchermeister Stinger Wer soll hier wohnen? Nekorofeo Im Gebiet Golf Ah, hier ist er Moin Weißt du um die ungeheure Macht der Energie? Natürlich nicht, wie solltest du auch? Aber mit mir als Lehrmeister kennst du dir die Energie benutzt zu machen Viel kann ich spüren Komm denn Und lass dich von mir inspirieren Sondern nur irgendein Grupphalter Da wären wir Spitz die Ohren Denn es ist alles von ungeheurer Bedeutung, was ich zu sagen habe Zum Beispiel dies Der erste Schein der Dinge trügt Wasser ist gar nicht so nass, wie du vielleicht denkst Nehmen wir einmal an, dein Ball muss eine Wasserfläche überqueren Doch ein starker Wind lässt das Unterfangenen fast unmöglich erscheinen Dann lass dir sagen, absolut unmöglich ist gar nicht Ein ganz flach geschlagener Ball kann nämlich auf dem Wasser aufsetzen und darüber rücken Bläse zweimal in deinem Gesicht Doch es ist in der Tat so Der Schlag muss nur niedrig genug sein Sowas bezeichnet man als Bezeichnet man selbstverständlich als Stringer Probier doch Probier das doch gleich mal aus Versuche zehnmal einen der Zielbereiche auf jeder Wiener Insel zu treffen Hier nehme dafür meinen Schläger Du hast ein grüner Panzerholz 3 ausgeliehen Okay Ah als auch, das funktioniert ja richtig Genial Wahrscheinlich nur mit einem bestimmten Schläger Wann das schaffen Ja, easy GUT Nur gut? Nicht sehr gut? Ah der war genial Alter Grund habt ihr das gesehen Bleibt auch nicht liegen Aber der bleibt doch nicht liegen Nein, 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 nein Bleib lieb! Neeeeeeeeeein! Schade. Hey, einfach geiler Radaraut jetzt! Ohne Kurve! Sehr interessante Mechanik, ja! Gut! Oh, die erste Prüfung ist bestanden. Somit solltest du nun in der Lage sein, die Energie zu nutzen und die Zweifelzone bereits in dir brodelt. Kosmische Golferenergie ist wie ein Farschwein. Sie verlangt nach Münzen, ansonsten kann sie ihren Zweck nicht erfüllen. Also sammle Münzen, bis du genug Energie hast, um einen mächtigen Spezialschlag zu entfesseln. Und dann trifft damit jenen Fälten dort. Okay. Spezialschlagjama. Als ob der kaputt geht, der da. Krass. Schön. Ja, mein Level ist perfekt. Lauftempo machen wir rein. Überrascht dich dein Erfolg? Mich nicht. Selbst unerwartetes sehe ich mit absoluter Klarheit voraus. Äh, nicht, dass dein Erfolg unerwartet war. Das auf keinen Fall. Wie dem auch sei, nutze die Energie, um Bälle weiter fliegen zu lassen, um präziser zu platzieren. Ah, da fällt mir noch was ein. Drücke bei voller Energieanzeige 11, um einen Spezialschlag auszuführen. Was hätte ich vergessen, dieses Detail von immenser Bedeutung zu erwähnen? Du kannst nur Spezialschläger spielen. Eines noch, ich möchte dir meinen Schläger schenken. Möge er dir beim Meditieren dienen. Oder schlag einfach Bälle damit. Du haus aus, grüner Panzerholzerei behalten. Cool, danke. Reise nach Bühnenwelle. Ah, hier gibt's noch was? Ich habe eine echt heiße Abschlagherausforderung auf Lager. Wie sieht's aus? Willst du sie hier reinziehen? Ja, komm, mach ich mal. Heute ist es ein bisschen entspannter als hier vor. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Du musst nämlich mit 10 Schlägen minstens 8 Punkte erzielen. Viel Glück. Schöner Schlag. Ah, das war zu weit schon. Scheiße. Backspin hätte jetzt hier geholfen. Oh, nicht zweitschlagen. Ja, sehr schön. Hey, ich meine, der 8 würde auch schon reichen, ne? Macht er natürlich auch. Super Backspin, das reicht. Cool, hat er nicht mehr so weit hier. Sehr schön. Standartspin hier. Ah, wir können ja viel schneller. Nein, Moment, zurück nochmal. Das hat sich, glaube ich, geändert. Ja. Schöner Schlag. Ja, bleibt drinne. Yes. Und wir anderen Schläger sein. Nein, ich glaube, ist ja blöd. Ja, das geht auch. Nein, komm runter, komm runter. Ah, okay, das reicht. Okay. Ich habe das schon angestellt. So, 4 Punkte fehlen jetzt noch. Wow, der war super gut, ey. Das war doch kein Problem für uns. Ja, du darfst sein hingekriegen. Na ja, wenn du Lust auf mehr hast, lass dich jederzeit bei mir blicken. Cool. Gehen wir mal zu den Haltprofi, Bruder. Wenn du halt auf eine echte Kunde-Putz-Auswohnung bist. Ja, gerne. Wir trainieren jetzt einfach hier heute noch. Beim nächsten Mal machen wir wirklich weiter. Also, du bist bereit. Du hast 9 Schläge, um schlappe 80 Punkte oder mehr zu erreichen. Ah, der ging runter, Alter. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, 8 Punkte. Aber wir brauchen jetzt schon mal 9 und 10. Noch weiter nach links, Alter. Viel weiter nach links. Okay, jetzt ist es wieder anders. Äh... Boah, nee, das werde ich nicht hinkriegen. Okay. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall mehrere Zehner noch. Naja. Nein, ich... Oh, wieso drück ich noch? Bin ich blöd, Alter. Oh mein Gott, das war dumm. Kann ich neustart mal? Nee. Ah, immer viel zu stark. Ey, Mann. Das ging, glaub ich, bergab, ne? Ja, okay. Ah, der war auch schon zu stark. Ernsthaft? Wow. Nicht geschafft. Ja, okay. Egal. Nee, möchten wir nicht. Wir gucken noch die anderen rein. Wenn du besser drauf bist. Ja, okay. Vielleicht irgendwann mal. Aber hier sind ja ziemlich viele Lieder-Sachen noch. Bei Gegenwind fällt ein Schlag auch sehr viel kürzer aus als sonst. Ja, ich bin jetzt nicht so weit. Ja, ich bin jetzt nicht so weit. Okay. Üben wir jetzt mit Gegenwind hier. Ja. Okay. Okay, wir dürfen nicht zu weit gehen. Das könnte reichen hier. Schöne Zeh noch. Jetzt. Das war etwas zu Spaß. Ja, geht auf 10. Jo, danke. Okay, das ist hier wieder kein Problem für mich. Nein, es war zu weit. Ah, Mist. Okay, 9 Punkte im Rind. Millimeter stärker und dann würde er perfekt sein. Das war wieder etwas zu schwach. Das war ein schöner Klag. Etwas zu schwach. Das war sehr zu schwach. Ach, 9 Wind jetzt sogar. Ich glaube, der wird jetzt immer stärkere Wind. Schöner Schlag. Oh, der war richtig geil, Alter. Schöner Schlag. Okay, er muss jetzt nur noch Rind landen. Dann passt das schon. Schöner Schlag. Ja. So, der nächste. Der Wind kann den Ball auch seitlich ablenken. Muss auf eine kurze Reaktion. Ja, gerne. Okay, von rechts kommt er. Ja. Erstens sag ich mal so zur Probe. Der gut ist, die Richtung. Die Stärke. Okay, war etwas zu stark. Schöner Schlag. Oh, er ist sogar fast reingegangen. Der Wind kriegst doch mehr als gedacht. Schöner Schlag. Ah, wieder aufschnein neun. Okay. Nein, ich wieder runter von der Zehn. Mann, dein Ernst. Ne, der fußt wieder voll nach links. Manchmal gar nichts und jetzt wieder richtig voll nach links. Ah, das sind 6 Meter. Gar nicht drauf geachtet. Ups. Schöner Schlag. Sag das so einen, dass er sich verändert. Ja, zehn. Jetzt. Ja, etwas schwach. Schöner Schlag. Ah, neun Punkte sollten sein. Ach, jetzt ist ein neun Wind jetzt sogar. Oh. Schlag A. Schöner Schlag. Okay, landen einfach da drinnen, haben wir die Punkte auf jeden Fall. Sicher. Nein, 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 nein. Okay, das reicht. Haha. Macht einen Schlag, ne? Schöner Schlag. Ja, Mann. Super Backspin, Alter. Perfekt. Geschöner Schlag. Schöner Schlag. Ja, Mann. So, Levelaufstieg. Ja, sehr schön. Mach mal spinnen. Ja, Mann. Wirklich, wenn wir kein Fliegenbattle weiter tragen. Schön. Machen wir das hier noch? Puh. Okay, das heißt, wir dürfen jetzt gar nicht so doll schlagen. Naja, ich sage nicht so zu doll und er macht richtig doll. Oh Mann, ist er dumm. Schöner Schlag. Ja, fast rein, Alter. Nochmal. Kant ab. Schlag. Ja, sehr gut. Er cool hat. Cool hat. Und fast sogar rein, ey. Ja, es war, glaube ich, etwas zu spaß. Das heißt, 10 Punkte wären es nicht. Doch. Ui. Wer mal nach rechts ausgeschlagen hat. Dieser Pinder. Vielleicht geht der sogar rein. Ah, passt. Bei 9 Punkten ein. Oh. Ach, jetzt stimmt. Es ist ja jetzt mehr Rückenwind. Gar nicht drauf geachtet. Ich schlage einfach nur. Oh. 9 Meter pro Sekunde, oder? Oh, ja. Es reicht ja. Der war noch genialer. Oh Mann. Na, cool. Oh, doch. 9. Immerhin. Sehr schön. Schöner Schlag. Yes. Geschafft. Du, 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 du. Oh, wir haben 200 Punkte. Schön. Lunte auf jeden Fall. Nein, nicht nochmal. Nein, 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 nein. Oh. Das war blöd hier. Beenden, ja. Ach, erneut kann man doch machen. Ah. Ja. Okay, hier glaube ich war noch irgendwo einer. Und zwar zwei Stück. Die Distanz verringern muss. Die dein Bein nach der Landung nach Kreuz. Ist Backspin. Was ist das richtige? Lust auf eine Backspin? Ja, wir wissen wie immer. Backspin, das haben wir die ganze Zeit schon gemacht. Nein, nicht Standardspin. Oh mein Gott. Knaller gegen. Ah, scheiß. Nur Backspin. Ja, 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 okay. Okay, das war ein bisschen zu schwach. Aber er hat Kulat in die C. Doch, Kraftfahrt. Oh, sogar rein. Hehehe. 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 Und das gleiche einfach nochmal. Ja, easy. Yes. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Wie nicht geschafft. Ist doch blöd. Aber wir brauchen 40 Punkte. Wir hatten 39. Ernsthaft? Ja. Ja. Ah, easy. Ja, der eine ging ja vorbei. Ja, der eine ging ja vorbei. Oh ja. Man hat so oft gerettet würde von Weitem. Hehehe. Dann wären wir hier ja schon probiert. Geschafft. Ja, so. Liveborns. Ja. Sehr schön. Dann noch eine Lektion hier. Weil bei einer Einnahme noch weiterrollen soll, ist Top Spin. Ein gutes Mittel hast du Lust auf Entdeckung. Okay, Top Spin, dann ist wieder. Ne, Top Spin, zweimal den Arken noch drücken. Ich glaube, das war trotzdem zu schwach. Wann dann nochmal von vorne. Ja, komm, noch ein Stück. Wir wissen, dass wir noch etwas mehr schlagen müssen. Okay, das war besser, aber auch nicht gut genug. Ja, bleibt drinnen. Das war zu weit. Schöner Schlag. Da habe ich gesagt, war zu weit. Einmal nochmal von vorne. Schöner Schlag. Okay, das kann sehr gut sein jetzt. Schöner Schlag. Schöner Schlag. Ach, als ob der zu weit fliegt, Alter. Wie dumm. Ich schlage jetzt einfach nochmal. Schöner Schlag. Schöner Schlag. Schöner Schlag. Schöner Schlag. Schöner Schlag. dann noch weiter ganz runter noch egal haben wir zwei lektionen nicht geschafft und die andere sehr gut geschafft war nicht noch mal wir beenden das jetzt hier und werden auch diesen part für heute bedanke mich herzlich für zu schauen und dann sage ich nur noch ich bin euer bach die live mit dem schild und ciao